Ich wollt's nicht zu knallen. Also bitte auf und zu piepen. Geil. Mann, ich brauch... ich brauch... ich brauch ne Batterie, Leute. Warum ist hier keine Batterie hier? F*** die Änderungen an. Okay. 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 Ich brauche eine scheiß Batterie, Mann. Geil. Ich wette, ich laufe an so ziemlich allen Batterien vorbei. Ah nein, da ist eine. Ich fände es cool, wenn ich wieder so einen Zweierpacks finden würde. Oh Gott. Kann ich da nochmal rein? Nein, nein, kann ich nicht. Digga. Ist das dein scheiß Ernst? Hä? Oh. Muss ich da jetzt lang? Ja, muss ich. Ich habe schon wieder nur noch eine Batterie, die ich gleich aufbrauchen muss. Das ist gar nicht cool. Was mache ich jetzt? Hallo? Wollte ich da jetzt rüberspringen? Wollte ich mich verarschen. Hallo? Oh, ja, völlig. Tatsächlich. Das sind natürlich auch keine Batterien. Danke dafür. Aber der Schlüssel. Oh, fuck. Oh, fuck. Diese Kamera, ey. Nee. Wenn ich keine Batterien mehr habe, bin ich am Arsch. Sicherlich allen bewusst ist, aber ich möchte es nochmal betonen. Hier eine? Nein. Auch nicht. Glühbirne? Geil. Damit kann ich nichts anfallen. Ist auch keine. Ähm. Oh, hier ist eine Treppe. Intelligenz. Oh, das ist ein Dokument. Wie schön. Von Brunton an Villa Wasch dir schön regelmäßig die Hände. Am 19. September um 4.19 Uhr Grant schrieb, also Willard schrieb, nekrotisierende Faskezitis. Wirklich? Verdammt, ich kündige. Geil. Alter. Ich werde paranoid. Und zwar so richtig. Machen wir einfach nochmal kurz die Tür auf. Hat ja nicht eben erst erschreckt oder so. Oh, da können wir gar nicht lang. Oh, ich hab die Kamera noch auf. Wo soll ich denn sonst lang? Soll ich dann wieder zurück? Ach, die wollen, dass ich dann wieder zurückgehe. Ach so. Als ob ich das tue. Na gut, was anderes bleibt mir eh nicht übrig. Vor allem, weil ich keine Batterie mehr habe. Also scheiß drauf. Oh, fuck. егин, mit Rost. Ich schreibe. influx Was passiert jetzt? Nichts? Okay, gehen wir einfach raus wohl, oh mein Gott. Ob da irgendwas ist. Witzig. Eine Batterie. Danke schön. Ich will nicht. Ich lebe hier mit den Batterien momentan echt. An der Kante. Geil. Dankeschön. Nein, nicht. Das ist aber schade. Was mache ich jetzt? Was mache ich denn jetzt? Soll ich da jetzt einfach schnell hinrennen oder was soll ich machen? Als ob Kamera, hör auf. Schnell, 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 schnell. Oh shit. Der Dude, Mann. Ich komm nicht drauf klar. Als ob der mir nicht hinterher rennt. Als ob. Ich nicht. Wollte mich nur schocken. Das ist nochmal so ein Dude. Oder ist es der, der uns gesagt hat, dass wir hingehen hören? Wollen wir nicht schon mal? Das hört sich beruhigend an auf jeden Fall. Dankeschön. Geil. Da werde ich sicherlich lang gehen. Batterie. Danke. Ich dachte schon ernsthaft. Alter, diese Musik, ey, das macht mich wahnsinnig. Ich komm da nicht drauf klar. Geil! Ich muss da hinten lang! Die wollen mich verarschtern. Und ich hab schon wieder keine Batterie mehr. Ich kann nicht mehr, 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 nicht mehr. Als ob der sich nicht leicht bewegt. Krieg ich bitte noch eine Batterie? Hey, hallo. Nein, vielleicht nicht. Hört mal bitte auf mit der Musik. Ich will eine Batterie. Ach, da ist eine, perfekt. Der Anblick daneben ist zwar nicht ganz so cool, aber es ist eine Batterie. Und eine Batterie ist es, eine Batterie. Was will der da? Keine Batterie. Keine Batterie. Ein bisschen zum Reingehen. Schacht, wo wir vielleicht eventuell bald wieder durch können. Geil. Digga, alles okay? Na gut, was frage ich jetzt noch an der Anstalt hier? Ach, eine Batterie. Danke schön. Dafür war ich hier nur drin. Ich lasse dich wieder allein fernsehen gucken. Alles gut. Als ob ich da durchgehe. Als ob ich da durchgehe. Ich gehe da durch. Ja. Wie ich betende Menschen in solchen Situationen liebe. Das hat doch sicherlich gar nichts unheilvollbringendes. Als ob hier eine Batterie drin ist. Geil. Irgendeiner davon geht doch irgendwann demnächst auf mich los. Wetten. 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 Ich will jetzt nicht testen. Leute, was ist denn los mit euch? Das ist doch echt nicht mehr normal. Ey. Was? Alter. Wird auf damit. Mann, das ist gruselig. Wird auf damit, Leute. Ein Dokument. Ich bin ein unwürdiger Bittsteller, der unserem Herrn nur dienen kann, indem er ihn nähert. Bitte nimm mich, Wallrider. Lass es den Apostel meines Hirten sehen und verbreite es mit seinem Lügen für eine größere Wahrheit. Deine Zeit in der Welt ist gekommen. Mein Fleisch sehnt sich nach deiner wunderschönen Erscheinung. Mein Blut ist erfüllt von dir und wartet nur darauf, freigelassen zu werden. Dies ist mein Gebet. Ritze dein Evangelium in mein Fleisch. Ja, gut, ich würde jetzt nicht sagen, das ist ein bisschen übertrieben dargestellt, eventuell. Aber es ist eventuell ein bisschen übertrieben dargestellt. War ich hier schon? Ich glaube schon, ne? Gehe ich gerade rückwärts? Ja, ich gehe gerade rückwärts. Oh, ich habe schon die Nachtsicht da. War ich hier nicht voll? Nein, da ist eine Batterie, da war ich noch nicht. Das ist beruhigend. Wo muss ich hin? Hallo? Hey, wo muss ich denn jetzt hin? Übrigens haben einige gefragt, ob ich Outlast Whistleblower dann auch spiele. Ich würde sogar fast sagen, ich bin so bescheuert und tue das, ja. Obwohl ich jetzt schon echt keine Nerven mehr für dieses Spiel habe. Aber ja, ich würde es tun. Müssen wir wieder raus? Wo müssen wir denn hin? Ach, da hin. Ja, wir müssen wieder hin. Oh, du Scheiße. Hör auf so zu flimmern, Kamera. Gott hates sickness. Ich finde solche Menschen immer voll cool. Die meinen, sich anmaßen zu können, zu sagen, was Gott will. Oder dass Gott für irgendwas zuständig ist, beziehungsweise verantwortlich. Ich meine, jeder Mensch ist ja eigentlich für seine eigenen Taten zuständig und verantwortlich. Gott hates money. Okay. Ich denke mal, dass Gott eher nichts mit Geld anfangen kann. Hey, the street, was? Das ist so beruhigend, dass die hier alle stehen. Gott, nee, hä? Gott away. Pride service. Das ist so beruhigend, dass ich mich nicht verprügelt habe. Als ob. Die Pimmelmanns! Als ob ich mich. Okay, aber sie sind unbewaffnet. Sprich, sie können mich nicht instant töten. Wenn, dann werde ich nur verprügelt. Schön. Und sie, lass mich durch. Wow. Adrien? Nein? Nein? Was macht der da? Was macht der da? This is your penultimate.